Moin Leute, heute reden wir über die Kündigung. Ja, die Kündigung. Was lernen wir in diesem Video? Wir lernen zum einen etwas über den Kündigungsschutz, die Kündigungsarten, Kündigungsfristen und was man tun kann, wenn man gekündigt wird. Aber zunächst einmal wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was ist überhaupt eine Kündigung? Was ist eine Kündigung? Und eine Kündigung ist nichts anderes als eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung. Was das jetzt bedeutet, dafür empfehle ich euch folgendes Video, verlinke ich hier oben rechts nochmal das Video zum Thema Rechtsgeschäfte. Da erfahrt ihr alles, was denn überhaupt Willenserklärungen sind, was eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung ist. Und ihr merkt euch bitte noch Folgendes, eine Kündigung muss immer schriftlich erfolgen. Im Gegensatz zum Beispiel zur Abmahnung, eine Abmahnung, habe ich auch ein Video schon mal zugemacht, die kann auch mündlich erfolgen. Ist zwar selten, macht auch nicht so viel Sinn, das mündlich zu machen, aber grundsätzlich ist eine Abmahnung formlos. Kündigung hingegen immer schriftlich. Gut, jetzt starten wir aber mal mit dem Thema Kündigungsschutz. Also zunächst einmal gibt es den allgemeinen Kündigungsschutz und den besonderen oder den speziellen Kündigungsschutz. Grundsätzlich das schon mal unterscheiden. Allgemeiner Kündigungsschutz, der gilt für Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern und für Arbeitnehmer, die länger als sechs Monate im Unternehmen sind. Also kleinere Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern oder Personen, die erst ein paar Monate im Unternehmen sind. Da gilt der allgemeine Kündigungsschutz nicht. Also die sind leichter zu kündigen sozusagen. Welche Gründe das sind, also wenn man den allgemeinen Kündigungsschutz innehat, also wenn diese Kriterien zutreifen, da gibt es eigentlich nur drei Gründe, wann man überhaupt Arbeitnehmer kündigen kann. Die schauen wir uns nachher noch mal an. Beim besonderen Kündigungsschutz ist es so, dass es spezielle Gruppen gibt, die diesen besonderen Kündigungsschutz genießen. Welche sind das? Das sind Schwerbehinderte, Schwangere, Personen in Elternzeit, Azubis nach der Probezeit ganz wichtig, denn ihr wisst ja, während der Probezeit können Azubis fristlos ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. Und Betriebsratsmitglieder beziehungsweise Jugend- und Auszubildendenvertretung. Ich sage immer JVA, JAV natürlich. Und ja, diese Personengruppen sind schwieriger zu kündigen. Also die genießen einen besonderen Kündigungsschutz. Kommen wir jetzt zu Arten der Kündigung. Ich habe es eingangs ja schon gesagt, beziehungsweise komme ich jetzt noch zu. Es gibt die ordentliche Kündigung. Das sind diese drei Gründe, wenn man den allgemeinen Kündigungsschutz genießt. Und es gibt die außerordentliche Kündigung. Ordentliche Kündigung, ja, das ist die fristgerechte Kündigung, die schriftlich erfolgt und eindeutig formuliert ist. Das haben wir schon gelernt, schriftlich erfolgt, eindeutig formuliert ist auch klar. Man kann da nicht so rumschwadronieren, sondern man muss schon sagen, du wirst gekündigt aus dem und dem Grund. Und der Betriebsrat muss vorher angehört werden. Bei der außerordentlichen Kündigung, da steckt ja schon das Wort außerordentlich drin. Das ist was Besonderes, was Außerordentliches. Das ist nicht alltäglich. Da ist es so, dass die außerordentliche Kündigung direkt zur Beendigung, zur sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses führt. Also keine Frist. Fristlose Kündigung unter Angabe eines wichtigen Grundes. Ganz wichtig, welche das sind, schauen wir uns gleich nochmal an. Also nochmal kurz den Unterschied, ordentliche Kündigung fristgerecht, außerordentliche Kündigung fristlos und so fort. Ja, gut. Und natürlich der wichtige Grund, da kommen wir gleich noch zu. Jetzt nochmal oder machen wir sofort außerordentliche Kündigung. Was sind denn da die Gründe? Also fristlos habe ich schon gesagt. Aus wichtigem Grund, ja welche sind denn das jetzt? Also zum Beispiel Diebstahlbetrug, Körperverletzung oder ich habe es jetzt mal krasse Beleidigungen genannt. Also Diebstahlbetrug ist klar. Also wenn ihr Mist gebaut habt, wenn ihr was geklaut habt, ihr habt irgendwie Bedrohung, Arbeitszeitbetrug oder halt auch jemanden vielleicht verletzt, Körperverletzung. Ihr habt eurem Boss eine Backpfeife gegeben, eine Schelle, wie man hier so schön sagt. Ja, das sind Gründe für eine außerordentliche Kündigung fristlos. Dem kann dem Arbeitgeber nicht mehr zugemutet werden, euch weiter zu beschäftigen. Und das heißt, ihr müsst direkt eure Sachen packen und gehen. Fristlose Kündigung. Krasse Beleidigungen. Aber da habe ich dann nochmal krass vorgeschrieben. Es ist natürlich immer auch ein bisschen Auslegungssache. Ich sage es mal von vorne weg. Im Zweifel werden so Sachen, Kündigungsgeschichten auch vom Arbeitsgericht verhandelt. Weil was ist jetzt eine Beleidigung? Wenn ich zu meinem Schüler sage, ihr kleinen Maden, dann mache ich das vielleicht liebevoll. Und für andere wäre das sowas von eine krasse Beleidigung, dass sie sich wirklich diskriminiert und verletzt fühlen. Weil sie sind ja natürlich keine kleinen Maden. Und ja, das ist natürlich immer so eine Auslegungssache. Und eventuell ist es vielleicht dann auch nur eine Abmahnung notwendig oder vielleicht doch eine ordentliche Kündigung. Verhaltensbedingt kommen wir gleich noch zu. Deswegen, klar ist so rassistische Sachen, also so eine rassistische Beleidigung, Diskriminierung oder sowas, das ist natürlich auch ein außerordentlicher Kündigungsgrund. Aber wenn ihr jetzt in der Klausur zum Beispiel Beispiele angeben wolltet, dann macht sowas wie Diebstahlbetrug, Körperverletzung. Das ist ziemlich eindeutig. Das zum Thema außerordentliche Kündigung. Kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zurück auf die Folie hier zum Kündigungsschutz. Ich habe es ja gesagt, allgemeiner Kündigungsschutz, da gibt es eigentlich nur drei Gründe, warum man gekündigt werden kann. Bei der ordentlichen Kündigung, da kommen wir nämlich dann jetzt zu. Kleinen Moment. Zack. Und so, da sind wir. Ordentliche Kündigung. Diese drei Gründe, die da wären. Die verhaltensbedingte Kündigung, die personenbedingte Kündigung und die betriebsbedingte Kündigung. Also, auch hier wieder die Sachen wörtlich nehmen. Was steckt denn drin? Verhaltensbedingte Kündigung. Könnt ihr euch schon vorstellen. Eine verhaltensbedingte Kündigung liegt vor, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer aufgrund eines Verstoßes gegen Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis kündigt. Also, auf gut Deutsch, der hat sich einfach kacke, Entschuldigung, verhalten. Der hat sich schlecht verhalten, hat sich dumm verhalten und sein Verhalten war nicht gut. Zum Beispiel. Unentschuldigtes Fehlen. Also, er ist wiederholt zu spät gekommen zur Arbeit. Private Nutzung des Internets trotz Verbot oder Alkoholkonsumarbeitsplatz. Das sind alles Dinge, wo er sich nicht gut verhalten hat, der Arbeitnehmer. Und deswegen kann dann eine verhaltensbedingte Kündigung ausgesprochen werden, wenn, ganz wichtig, zuvor abgemahnt wurde. Also eine Abmahnung. Ihr könnt nicht, weil ihr einmal oder zweimal zu spät gekommen seid, direkt gekündigt werden. Die Kündigung ist immer das letzte Mittel des Arbeitgebers. Das muss man auch dazu sagen. Und bei der verhaltensbedingten Kündigung, da muss zuvor eine Abmahnung erfolgen. Wir hatten eben die außerordentliche Kündigung. Da ist es natürlich nicht erforderlich, wenn ihr zum Beispiel was klaut oder jemandem die Nase brecht. Dann müsst ihr nicht abgemahnt werden, sondern seid ihr sofort raus aus der Firma. Und bei der personenbedingten Kündigung ist es so, eine personenbedingte Kündigung liegt dann vor, wenn der Mitarbeiter seine arbeitsvertraglichen Pflichten nicht erfüllen kann. Also hier ist nicht der Wille das Problem, wie bei der verhaltensbedingten Kündigung, sondern er kann es nicht. Beispiel Führerscheinverlust beim LKW-Fahrer oder beim Taxifahrer. Stellt euch vor, ihr seid, das ist mir leider auch schon mal passiert, über eine rote Ampel gefahren. Aber ich muss dazu sagen, die war wirklich eine halbe Sekunde rot. Naja, auf jeden Fall könnt ihr den Führerschein dadurch verlieren, wenn ihr dann geblitzt werdet. Einen Monat ist der Lappen weg oder vielleicht sogar noch länger, wenn der Taxifahrer, der LKW-Fahrer noch zu schnell war. Und dann haben wir ein Problem, weil dann kann er seine Arbeitsvertraglichen Pflichten nicht erfüllen. Er kann nicht arbeiten, wenn er keinen Führerschein hat. Und dann kann man eine personenbedingte Kündigung aussprechen. Und auch hier ist eine Abmahnung ja Quatsch. Also durch die Abmahnung kriegt er ja auch nicht den Führerschein zurück. Deswegen ist das hier nicht erforderlich. Krankheit auch so ein Fall, wenn ihr zum Beispiel langfristig erkrankt seid. Und es ist auch keine Besserung in Sicht. Also der Arzt sagt, das wird nichts mehr, beziehungsweise nicht mehr so gut wie früher. Und ihr könnt aufgrund dieser Erkrankung eure Arbeit nicht mehr in diesem Maße erfüllen. Ja, dann ist auch eine personenbedingte Kündigung unter Umständen erforderlich. Beispielsweise auch Corona, so hart wie es klingt. Also das Thema Long Covid aufgrund von Corona, wenn ihr da irgendwie Langzeitfolgen habt und nicht mehr eure arbeitsvertraglichen Pflichten, wie es so schön heißt, erfüllen könnt. Dann ist unter Umständen auch eine personenbedingte Kündigung leider notwendig, beziehungsweise aus Sicht des Arbeitgebers. Haftabwesenheit, was bedeutet das? Ja, wenn ihr zum Beispiel eine Straftat begangen habt und im Knast seid, im Gefängnis. Und ihr könnt natürlich dann im Gefängnis nicht zur Arbeit gehen. Ja, auch eine personenbedingte Kündigung, ein personenbedingter Kündigungsgrund. Last but not least, die betriebsbedingte Kündigung. Hier ist es so, eine betriebsbedingte Kündigung liegt vor, wenn der Beschäftigungsbedarf für den Arbeitnehmer auf Dauer wegfällt und eine Weiterbeschäftigung auf einem anderen freien Arbeitsplatz nicht möglich ist. Was bedeutet das? Ja, es steckt in dem Wort drin, betriebsbedingt. Das heißt, dem Betrieb geht es nicht so gut, denn wir haben vielleicht, ja, die Auftragslage ist schlecht. Wir müssen Filialen schließen, wir müssen Abteilungen schließen und es hat nichts mit eurem Verhalten zu tun, nichts mit einer Person bedingt, keine Krankheit, kein Führerscheinverlust, sondern dem Unternehmen geht es schlecht und wir müssen aufgrund von zum Beispiel Filialschließungen, Abteilungen müssen dicht gemacht werden, Rationalisierungsmaßnahmen, da müssen quasi Arbeitsplätze wegfallen. Und hier ist es wichtig, dass wir eine sogenannte Sozialauswahl berücksichtigen. Was bedeutet das denn jetzt? Sozialauswahl steckt auch hier schon ein Wort drin. Soziale Aspekte müssen berücksichtigt werden. Die da wären Dauer der Betriebszugehörigkeit, Lebensalter, Unterhaltspflichten und Schwerbehinderung. Das sind so die Aspekte, auf die geachtet werden muss. Ich gebe euch kurz ein Beispiel. Wir haben die 56-jährige Maria Müller, die seit 30 Jahren im Unternehmen ist, fünf Kinder hat und noch einen Schwerbehindertenausweis hat. Also die haben wir zur Auswahl und auf der anderen Seite ist der Benni Schneider. Der ist 23 Jahre alt, seit einem Jahr im Unternehmen, hat keine Kinder und keine Schwerbehinderung. Dann würden wir unter denen, wenn wir jetzt nur die beiden zur Auswahl hätten, den Benni Schneider kündigen. Und die, was habe ich gesagt? Die andere, die Marta, glaube ich, die würden wir behalten. Also das ist unsere Sozialauswahl. Diese Punkte, ja, gibt es so ein spezielles Punktesystem. Da müssen wir jetzt nicht im Näheren darauf eingehen. Aber das muss berücksichtigt werden. Und diese Sozialauswahl ist auch wichtig, weil der Betriebsrat guckt da auch drauf. Das heißt, bei einer Kündigung wird der Betriebsrat auch gucken, okay, ist denn so eine Sozialauswahl getroffen worden? Also ist die Marta Klein, habe ich so eine Klein genannt, oder Marta Meier, Marta Müller unter Umständen zu Unrecht gekündigt worden? Hätte man vielleicht jemand anders kündigen müssen, weil die Sozialauswahl nicht wirklich hinreichend berücksichtigt wurde? Also das ist dann auch noch wichtig an der Stelle. So, haben wir das auch abgehabt? Also das sind die drei Kündigungsgründe. Ich wiederhole nochmal ganz kurz. Bei der ordentlichen Kündigung haben wir die verhaltensbedingte, die personenbedingte und die betriebsbedingte Kündigung. Kommen wir jetzt zu den Kündigungsfristen. Also das hier ein Aufzug, jetzt fühlt euch nicht erschlagen, aus dem BGB. Wenn sowas mal in der Prüfung, in der Klausur kommt, dann kriegt ihr eigentlich immer so einen Aufzug auch zur Verfügung gestellt. Ihr müsst diese Frist nicht auswendig können. Ja, § 622 BGB. Ich lese mal vor hier oben. Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten, Klammern Arbeitnehmers, kann mit einer Frist von vier Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Ja, also ganz wichtiger Satz. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Satz 2 für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, wenn das Arbeitsverhältnis in dem Betrieb oder Unternehmen, Punkt 1, zwei Jahre bestanden hat, ein Monat zum Ende eines Kalendermonats, fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate, acht Jahre, drei Monate und so weiter bis hin zu 20 Jahren. Dann sind es sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats. Das bedeutet einfach nur, je länger ihr im Betrieb seid, je länger ihr das Arbeitsverhältnis besteht, desto länger ist die Kündigungsfrist. Was ja unter Umständen für euch eigentlich positiv ist. Das heißt, stellt euch vor, machen wir gleich noch ein Beispiel. Beispiel, ihr seid 17 Jahre im Unternehmen, dann könnt ihr nicht von heute auf morgen oder auch nicht mit einer Frist von vier Wochen gekündigt werden, sondern hier mit sechs beziehungsweise sieben Monaten, je nachdem, wie lange ihr jetzt im Unternehmen seid. Machen wir gleich noch ein Beispiel zu. Wollen wir auch jetzt machen. Also Beispiel, erstmal Anne Mayer erhält nach 17 Jahren im Unternehmen am 25. Juni 2022 ihre Kündigung. Wann endet das Arbeitsverhältnis? Jetzt habe ich die Lösung hier blöderweise schon stehen, aber wir machen es mal trotzdem nochmal zusammen. Also, 17 Jahre war die Anne Mayer im Unternehmen. Ja, jetzt gucken wir mal hier oben. Also, Punkt 6. Wenn das 15 Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats. Die nächste höhere Stufe wäre dann 20 Jahre. Die hat sie noch nicht geschafft. 17 Jahre, also sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats. So, am 25. Juni hat sie die Kündigung bekommen. Wann endet jetzt das Arbeitsverhältnis? So, passen wir, gucken wir mal. Also, der Juli, August, September, Oktober, November, Dezember sind sechs Monate. Und zum Ende eines Kalendermonats, also der 31.12.2022. Habt ihr verstanden, oder? Machen wir vielleicht gleich noch ein kleines Beispiel. Und zwar hier, ein anderer Mitarbeiter ist bereits mehr als zwei Jahre in einem Unternehmen beschäftigt. Wenn sie ihn zum 30.11.2022 kündigen möchten, wann muss die Kündigung spätestens ausgesprochen werden? Auch hier habe ich wieder die Lösung vorweggenommen. Aber nochmal, er ist bereits mehr als zwei Jahre im Unternehmen. Wir gucken hier oben bei Punkt 1. Da ist es ein Monat zum Ende eines Kalendermonats. Ja, also hier ist jetzt genau die umgekehrte Frage. Wann muss die Kündigung spätestens ausgesprochen werden? Eben hatten wir das Datum der Kündigungsaussprache. Aussprache übrigens nicht wörtlich nehmen, sondern die muss ja schriftlich erfolgen. Und dann wollten wir einfach gucken, wann das Arbeitsverhältnis endet. Jetzt wissen wir schon, das soll zum 30.11. enden. Ja, dann soll es vorbei sein. Wann muss die Kündigung spätestens ausgesprochen werden? Dann gehen wir einfach ein Monat zurück, weil ab zwei Jahre ein Monat zum Ende eines Kalendermonats. Und das ist dann der 31.10.2022. Da müssten wir spätestens die Kündigung aussprechen, um den Arbeitnehmer am 30.11. dann zu kündigen. Habt ihr das soweit verstanden? Ich hoffe doch. Wenn noch Fragen sind, gerne in die Kommentare dazu. Vielleicht noch ein letztes, wenn wir nochmal hier gucken. Ganz interessant ist auch, machen wir es so, genau hier. Ich habe es euch mal markiert. Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von sechs Monaten, kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Also, das ist auch nochmal ganz wichtig, das verwechseln meine Schüler oft. Ihr müsst ganz normales Arbeitsverhältnis, wie wir es hier haben, mit dem Ausbildungsverhältnis trennen. Weil wir haben ja gelernt in der Ausbildung, Probezeit, ihr erinnert euch, sagt es mal schnell, wie lange? Genau, ein bis vier Monate. Und die Kündigung ist fristlos, jederzeit möglich, sofort. Ohne Angabe von Grund kann ich sofort machen. Hier ist es aber kein Ausbildungsverhältnis, sondern ein Arbeitsverhältnis. Und hier spricht man von, hier gibt es eine Frist von zwei Wochen. Hier ist auch nicht ein bis vier Monate, sondern maximal sechs Monate. Längstens für die Dauer von sechs Monate Probezeit. Und die Frist ist zwei Wochen. Ja, also nochmal kurz zusammengefasst. Ausbildung, Probezeit ein bis vier Monate, fristlos. Arbeitsverhältnis, maximal sechs Monate, zwei Wochen Frist. Ja, nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Ja, jetzt noch vielleicht abschließend die Frage. Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen. Wenn ihr vom Arbeitgeber gekündigt werdet, jetzt der umgekehrte Fall, ihr wollt kündigen. Und da ist es so, hier oben nochmal kurz zur Wiederholung, das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten kann mit einer Frist von vier Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Also, wenn ihr kündigen wollt, vier Wochen Frist. Zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats. Ja, jetzt aber die Frage, okay, wir haben auch eben diese Fristen gelernt. Ja, die gelten grundsätzlich nur für den Arbeitgeber. Aber es kann sowas wie verlängerte Kündigungsfristen für euch geben. Also, ich lese mal kurz vor. Die verlängerten Kündigungsfristen gelten nur für die Kündigung durch den Arbeitgeber, die wir eben gehabt haben. Diese mit zwei Jahren, fünf Jahren, acht Jahren. Alles klar, gelten nur für den Arbeitgeber. Für die Kündigung durch den Arbeitnehmer gilt stets die Mindestkündigungsfrist von vier Wochen beziehungsweise eine eventuell längere vertragliche Frist. Aha, also hier vertraglich markiert. Also, wir haben die vier Wochen ja gelernt. Wir dachten so, hey, guck mal, wenn ich kündigen will, vier Wochen. Aber es kann sein, dass ihr in eurem Arbeitsvertrag eine längere, eine Klausel habt mit einer längeren Frist. Ja, aber ganz wichtig auch der nächste Satz. Es dürfen allerdings für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer keine längeren Fristen vereimert werden als für die Kündigung durch den Arbeitgeber. Also, ich gehe noch mal kurz zurück. Es kann nicht sein, dass ihr in eurem Arbeitsvertrag hier beispielsweise zehn Jahre steht hier drin, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats. Das gilt für den Arbeitgeber. Aber wenn jetzt bei euch im Arbeitsvertrag steht, bei zehn Jahren zehn Monate zum Ende eines Kalendermonats, das gilt nicht. Also, es können die gleichen gelten, aber nicht längere. Ja, okay. Okay, wenn ihr da auch noch Fragen habt, gerne in die Kommentare. Also hier noch mal. Vertraglich kann man das vereinbaren. Mit so einer Klausel müsst ihr mal gucken, ob es bei euch im Arbeitsvertrag drinsteht. Wenn nicht, dann ganz normal vier Wochen Mindestkündigungsfrist. So, jetzt kommen wir noch zu dem Thema. Was kann man tun, wenn man eine Kündigung bekommen hat? Ist ja natürlich nicht so ein schönes Thema, aber es gibt einige Sachen, die ihr euch auf jeden Fall beherzigen oder berücksichtigen solltet. Was kann man tun, wenn man gekündigt wurde? Ich würde auf jeden Fall ein Zwischenzeugnis, ein Zeugnis verlangen. Ihr habt ja sowieso Anspruch darauf, auf ein einfaches Zeugnis und auf ein qualifiziertes Zeugnis auch verlangen. Zu dem ganzen Thema Arbeitszeugnis habe ich auch mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch hier oben rechts. Denkt dran, das Zeugnis muss wohlwollend sein. Also es darf jetzt nicht besonders schlecht formuliert sein. Achtet auf Rechtschreibung, auf Rechtschreibfehler und keine versteckten negativen Zeugnis-Codes. Das darf auch nicht sein. Und wie gesagt, schaut euch gerne nochmal das Video zum Thema Arbeitszeugnis an. Dann rechtzeitig Arbeitslosengeld verantragen. Beim zuständigen Amt ganz, ganz wichtig. Sonst habt ihr unter Umständen eine Sperrfrist. Was auch noch wichtig ist, Resturlaub klären. Das kann ja sein, dass, oder sehr wahrscheinlich, dass ihr noch Anspruch auf Resturlaub habt. Und das müsste dann grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt den einfach noch, wenn ihr noch Kündigungsfrist habt. Oder ihr lasst euch das auszahlen. Das geht natürlich auch. Dann Sonderfall Schwangerschaft. Also, jetzt an alle Frauen hier. Wenn ihr schwanger seid und euer Arbeitgeber weiß das gar nicht und er kündigt euch, dann bitte sofort handeln. Und zwar innerhalb von zwei Wochen dem Arbeitgeber mitteilen. Weil Schwangere, wir haben es eben gelernt, genießen speziellen, besonderen Kündigungsschutz und die können nicht gekündigt werden. Zumindest nicht so einfach. Also, wir haben ja auch das Thema außerordentliche Kündigung. Ja, wenn ihr eurem Chef eins aufs Maul gebt oder was klaut oder so, dann hilft auch die Schwangerschaft oder eine Schwerbehinderung nicht. Also, Schwangerschaft ist natürlich kein Freifahrtschein. Aber grundsätzlich, wenn ihr ganz normal eure Pflichten nachkommt und ihr seid schwanger und euer Arbeitgeber weiß das noch nicht und ihr werdet dann gekündigt, dann innerhalb von zwei Wochen mitteilen. So, und wenn ihr glaubt, dass die Kündigung ungerechtfertigt ist, dann habt ihr die Möglichkeit, eine Kündigungsschutzklage beim zuständigen Arbeitsgericht einzureichen. Und das auch mit einer Frist innerhalb von drei Wochen. Ganz interessante Frist, finde ich, weil die meisten Fristen, die wir kennen, sind immer zwei Wochen, vier Wochen. Und hier ist es so, drei Wochen. Also, innerhalb von drei Wochen müsst ihr beim zuständigen Arbeitsgericht die Kündigungsschutzklage einreichen. Ich würde mich auch in jedem Fall, falls ihr einen habt, einen Betriebsrat wenden, der euch da auch noch mal unterstützend bei dem Prozess begleiten kann. Und ja, ansonsten hoffe ich nicht, dass ihr gekündigt wurdet. Und wenn doch, dann, dass ihr ganz schnell wieder einen ganz tollen Job findet. Und allen, die das jetzt für die Klausur oder für die Prüfung gelernt haben, drücke ich schon mal ganz doll die Daumen für die Prüfung. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und in diesem Sinne würde ich sagen, hier habt ihr noch zwei Video-Vorschläge, die ihr euch auch gerne mal reinziehen könnt. Lasst doch ein Abo oder ein Like da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Herr Gerold. Macht's gut. Tschüss.